Wir machen ja keine Witze wie diesen hier. Wohin da, in diesem Buch da, wohin fliegt ein schwuler Adler? Scheiße, wohin? Zu seinem Horst. Wissen Sie, wo ich den her habe? Aus dem Buch Zwei Wege in den Sommer von Robert Habeck. Seite 181. Gott sei Dank hat Habeck den Beruf gewechselt. Er ist jetzt nicht mehr Jugendbuchautor, sondern Sterbebegleiter für die Bundesrepublik.